Pierre Moscovici ist ein französischer Politiker des Parti-Socialiste. Moscovici war von 1994 bis 1997 und erneut von 2004 bis 2007 Abgeordneter im Europaparlament. Von Juni 1997 bis Mai 2002 bekleidete er das Amt eines Ministers für Europaangelegenheiten in der Regierung Lionel Ospin. Seit 1997 vertritt er in der französischen Nationalversammlung als Abgeordneter den 4. Wahlbezirk des Departements Doubs. Nach Antritt der Regierung schien Marc Ayrault am 16. Mai 2012 wurde Moscovici zunächst zum Finanzminister ernannt. Nach der Kabinettsneubildung nach den Parlamentswahlen 2012 war er bis 2014 Finanzminister. Die Zuständigkeit für Außenhandel ging auf ein eigenständiges Ministerium unter Nicole BRICQ über. Am 10. September 2014 wurde Pierre Moscovici zum Wirtschafts- und Währungskommissar der neu formierten EU-Kommission von Jean-Claude Juncker ernannt. Durch einen neuen Zuschnitt der einzelnen Ressorts wird er zugleich für Steuern und Zollunion zuständig sein. Biografie Pierre Moscovici entstammt einer einflussreichen an linksgerichteter politikorientierten intellektuellen Familie. Sein Vater ist der rumänisch-jüdische Sozialpsychologe, Anthropologe und politische Ökologe Serge Moscovici, der 1947 nach Frankreich emigrierte. Seine Mutter die polnisch-jüdische Psychoanalytikerin Marie Bromberg Moscovici, deren Familie kurz vor ihrer Geburt aus Polen nach Frankreich emigriert war und dort die Besatzungszeit durch Nazi-Deutschland unter falschem Namen, überlebte. Marie Bromberg Moscovici war eine der Unterzeichnerinnen des Manifestes der 121 vom 6. September 1960 in dem 121 Intellektuelle Universitätsangehörige und Künstlerstellung gegen den Algerienkrieg bezogen. Das Paar lernte sich in Paris kennen als Marie Bromberg am Center National de la Recherche Scientifique arbeitete. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Pierre Moscovici ist das ältere dieser beiden Kinder. Moscovici ist bekennender Zionist. Pierre Moscovici besuchte das L'Euse-E-Condacet in Paris. Er studierte an zwei Elite-Universitäten, zunächst am Institut d'Études-Politiques de Paris-Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft. 1978 schloss er sein Studium ab mit je einem Diplome d'Études-Aprophonies in Wirtschaftswissenschaften und in Politikwissenschaft. Im Anschluss studierte er von 1982 bis 1984 an der École Nationale d'Administration in Paris, a. bei Dominique Strauss-Kahn und machte 1984 seinen Abschluss. 1984 wurde er Mitglied des Partys Socialiste. Ab 1994 war Moscovici Europaabgeordneter. Das Mandat legte er 1997 nieder, nachdem er zum Abgeordneten für die Nationalversammlung für das Departement Dubs gewählt worden war. Kurz darauf wurde er zum beschordneten Minister für Europaangelegenheiten in der Regierung von Lein-Eios-Bin berufen. Sein Mandat ruhte daher. 2002 schied Moscovici nach dem Rücktritt der Regierung Jospin aus seinem Ministeramt aus. Kurz darauf scheiterte er bei der Wahl zur Nationalversammlung. 2007 kandidierte er erfolgreich zum Parlament und wurde 2012 wiedergewählt. Sein Mandat ruht seit seinem Eintritt in die Regierung. Als Vertreter der sozialdemokratischen Strömung innerhalb des Partys Socialiste unterstützte Moscovici lange Dominique Strauss-Kahn. Nach dessen Rückzug aus der französischen Politik erwog er eine eigene Bewerbung um die sozialistische Präsidentschaftskandidatur 2012. Unterstützte dann aber François Hollande, dessen innerparteilichen Wahlkampf er leitete. Er hat sich insbesondere auf internationale und Wirtschaftsthemen spezialisiert. Moscovici wurde zum Wirtschaftsminister des neuen Regierungen unter Jean-Marc Ayrault ernannt. Diese Zeit war durch ständige Konflikte über die Wirtschaftspolitik mit dem Industrieminister Arnaud Montebourg geprägt. In der Folge verlor Moscovici sein Amt. Sein Ministerium wurde verkleinert und wesentliche Bereiche dem Industrieministerium von Montebourg zugeschlagen. Im Juni 2015 brachte Wikileaks ans Tageslicht, dass er jahrelang vom US-Geheimdienst NSA ausspioniert wurde. Seit dem 01. November 2014 ist Moscovici in der Kommission Juncker zuständig für den Bereich Wirtschaft und Währung. Damit folgt auf den finnen Gierki-Kateinen. Im Juni 2015 sagte er in Bezug auf den Schuldenstreit zwischen Griechenland und der Eurogruppe, dass Griechenland es nicht mehr schaffen werde. Eine fällige Rückzahlung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro an den internationalen Währungsfonds zu leisten. Nachdem die griechische Regierung dies noch dementierte, musste sie wenige Tage später bestätigen, dass sie das notwendige Geld nicht mehr aufbringen werde. Am 5. Mai 2013 kommentierte er die vage Ankündigung der EU-Kommission, Frankreich mehr Zeit zur Haushaltssanierung zu geben, mit den Worten, Dies bedeute das Ende des Austeritätsdogmas in der EU. Dies sei entscheidend. Eine Wende in der Geschichte des europäischen Projekts seit der Einführung des Euro. Man erlebe das Ende einer bestimmten Form der finanzpolitischen Orthodoxie und das Ende des Dogmas der Austerität. Dies sagte er zwei Tage vor seinem Treffen mit dem deutschen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und wenige Tage nach dem Antrittsbesuch des neuen, italienischen Premierministers Enrico Letta in Berlin, Paris und Brüssel. Im November 2015 erklärte er, die Flüchtlingswelle sei eine Bereicherung für Europa und würde das Wirtschaftswachstum schwach, aber positiv beeinflussen. Publikationen 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 Publikationen